heute was geht ab heute mit einem kurzen video ist nicht mal ein info video sondern ein suchvideo oder so also ich suche jemanden und zwar suche ich einen designer oder zumindest jemanden der mir ein paar motive machen kann ihr wisst es wird langsam ernst also die abo steigen und ich brauche paar sachen jetzt für zum beispiel die shirts oder logo will ich zum beispiel ein bisschen verfeinern dass man das dann auch verwerten kann für keine ahnung unter anderem shirt oder auch keine ahnung was als ich caps oder so drücken kann oder sticker oder sowas auf jeden fall da wo ich ein bisschen hilfe bisher konnte ich alleine meistern oder aber auch von euch bisher paar sachen bekommen also das kann man jetzt für youtube was ich gerade habe hat ein kollege mir gemacht war okay für damalige verhältnis aber jetzt wo wir richtung 10.000 sogar gehen ich traue mich mal das zu sagen aber ich doch bisschen was anderes haben es haben mich auch bisher schon ein paar von euch angeschrieben und wollten mir ein intro machen was übrigens sehr nett von euch ist danke und schaut dann alle die bereit waren oder mehrere geschrieben haben deswegen ist jetzt keine priorität von mir und die intros waren jetzt auch nicht mein geschmack muss sagen das waren jetzt so die typischen das soll jetzt auch nicht böse gemeint sein waren jetzt so die typischen oder 15 intros die fast jeder hat vor allem vor allem die jüngeren wir haben das jetzt wir haben das eigentlich alle vor allem so minecraft spieler oder so ist auf jeden fall nicht so mein stil aber wie gesagt trotzdem danke und intro jetzt echt nicht relevant erstmal keine priorität sondern auf jeden fall erst mal ein paar motive paar designs dementsprechend dementsprechend jeder der da ahnung hat kann sich gerne bei mir melden entweder a falls er ahnung hat und mir einfach helfen will das wäre natürlich am besten aber b ich wäre auch bereit bisschen was zu zahlen sprich ich bin bereits auf der suche nach professionellen die mir helfen können sag ich mal aber das ist irgendwie echt voll kompliziert und ich weiß auch gar nicht wo ich genau suchen soll also das ist das schwierigste wenn man nicht mal weiß was man in google eingeben soll aber ich bin auf der suche wie gesagt hat sie da helfen können meldet euch oder b falls ihr jemand kennt der mir helfen kann dann gibt es bescheid leitet das weiter nichts besonders wie gesagt logo ein bisschen dann cover für youtube und facebook wobei das wahrscheinlich jedes selbe ist und bei dem motiven für shirts und paar anderen gedruckten sachen kann ich hilfe gebrochen ansonsten echt nichts allzu besonderes also wie gesagt hat es mir da jemand helfen kann meldet euch ansonsten war es das echt nur ein kurzes video ich bin auf der suche ich brauche hilfe also ich leide hoffentlich werdet ihr nicht leiden dieses wochenende viel glück bei den lavados und wir sehen uns beim nächsten video wieder